und anders vorgestellt äh, der oberer ab, ne? dann lass, Geiger, jetzt wir gehen, wir gehen C, Tim du hast auch die Q, äh, Heilung, Gunner ja, Kuto? mach, Meeble, was, hä? die Heilung, die Heilung ja die Q-Heilung, hast du ja? wir gehen schon C, wir gehen schon C hab ich wir gehen schon nur, dann nur Q-Schläge, wenn du die hast, Digga, mach ich Rikschen gar nix, Heinrichchen gar nix, Heinrichchen gar nix was, Digga, was, Digga wuuuuh, komplett Absturz, Digga ich bin halt einfach so ganz gewöhnt nach C zu machen wir gehen halt einfach, wir sagen, wir gehen C, ist noch B, noch B und ich kann's wieder hier mit nem Raider und nem Shogoki aufnehmen, Alter, Mann ja, ich bin da, ich bin da hey, wieso bist du rot, wenn wir blau sind? ach schon, wenn wir... ohhhh, so cool im 13 bist du mit dem, ne? ne, meisse ist halt, dass ich das jetzt gerade überlebt hab, war ein Wunder für mich aber eigentlich zucker, zucker, zucker ich muss dich ganz kurz erzählen, Digga Raider kommt back, Raider kommt back Raider, Raider 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 das war wenn ich all zu lang bei der Last bin ich hab grad diesen, ich hab grad diesen Hitikee wie so aus dem Ende genommen oh, ich komm zu dir, Bro, ich seh's gerade ich, ich zerfetze sie grad zwar gut, ne? aber mit TGD-Mode, dann wär's mal alleine, Digga äh, soll ich zu den Quatsch gehen? ich bin so, Mann, so okay BAM ah, bei mir kommt zwar, ich brauch mal Hilfe mit Hilfe vielleicht kam, sag mal, auf mich springen oder einer alter, ne? alter, ne? alter, das ist schon gut mit mir gewandt, bis ich hab direkt direkt konterschlack, oder kurz gewechselt, BAM das ist so geil, ne? das ist so geil nio, Digga, ohne Witz, Alter, man also, ich mag den Schaulinen-Plaster Nio, Digga, Digga, Digga weg, weg und Rage-Crit so, ich meine Reba kommt zur C ich brauch noch ein bisschen, aber ich komme was ich mich frag, wo meine Rache ist, so, ne? wo ist meine Rache, wo ist meine Rache, wo ist meine Rache wo ist sie, wo ist sie, ich kämp' hier 1 gegen 2, sie kommt nicht, sie kommt nicht sie kommt nicht bei Mautil, wer ist sie 3 mal dieser Zeit gekommen, wo ich sie nicht bekomme ich verstehs einfach nicht, ich verstehs nicht ich hätte ich so ausnahmig, wenn ich Rache habe bekommen ich weiß, Digga, dann spring ich halt auf dich ok, ja ich hab ja angerufen oh mein Gott, schriechst du mal Aggression der Bot ist wieder so kritisch was geht, Bro, passt dann, Digga, ich hab eh ja keine Arbeit morgen gut ich hab dich erstmal gleich so aus, gleich rassig richtig aus. Digga, was war das für ein Move-Bett gerade? Was hab ich für einen Nack? Lass du mal spawnen können, dass du kommst. Spawn trappen, meinst du? Oh, geh nicht halten, oh mein Gott. Da kommen welche. Du gehst die Spawn auf, ich bin dabei, warum nicht? Ich geh hoch, Henrik, zu A. Der Raider ist so behindert, alter. Hast du das grad gesehen? Ja, ich komm nicht rein, Henrik. Ach, das war ein Border, kein Wunder. Ich komm mal A helfen. Ja, ich komm nicht rein, Henrik. Ich komm mal A helfen. Ja, ich kann EXPORIEREN! Ja, ich kann EXPORIEREN! Ja, ich kann EXPORIEREN! Ja, ich kann EXPORIEREN! Schiech! Ich kann nicht dodgen, nach hinten dodgen gerade. Ja, der hat die mal eine Türe, weißt du? Schaut mir alles raus, was geht. Ich krieg meine Aggression irgendwann noch bei dem Spiel. Ich krieg meine Aggression irgendwann noch bei dem Spiel. Ahhhh! Juuu, SORODE! Digga, ich kann nicht schlau mal hinter... Halte mal! Ich will kurios, ich mach dir so oft nicht. Das fängert mich EXPORIEREN! Wenn ich so rede, dann... Hm... Dein Jobe! Boah! Ich komm so... Ich... 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 Ich halte mir meine... Was ist das eigentlich? Ulti? Soll ich das Ulti nennen? Sie kriegt keinen Schaden! Was? Was? Mein Heavy einfach 18 Schaden! Ich glaub es nicht! Was? Ey, warum hab ich so Pech im Leben? Oh mein Gott, das bockt überhaupt nicht! Warum hab ich so Pech im Leben gesagt? Warum hab ich so Pech im Leben gesagt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er kackt Grachum oder's? Oh mein Gott! Hey, wer kämpft bei... Wer kämpft bei... Ach ne, hier kämpfen nirgendswo jemand! Alle bei A! Ich hab aber auch dauerhaft weniger als mein ganzes Leben gefühlt so! Oh, da unten geht's jetzt ab! Da unten geht's jetzt ab! Bap! Und ich... Bap! Oh! Fert mal ganz schnell die Luft an! Oh shit! Das hat der Ida-Rach-Modus! Das ist ja unfassbar! Oh mein Gott! Weißt du, wie er ihn auf ganz krafthaft umgewittert, ne? Habt ihr denn diesen Diefel gerade gesehen? Oh, da war so schön! Da war so wunderschön gerade! Ja, ich geh so! Oh shit! Was?! Der hat das überlebt! Ich hab's perfekt... Der hat... Was?! Was?! Oh mein... Oh mein... Oha... 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 Wie schnell hat die gerade Rachen-Modus gekriegt? Digga... Die Feuerbommer hat mich noch voll gefletzt! Die ficken uns gerade alle, die Feuerbommer... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ist einfach besser als ich! Die ist einfach besser als ich! Die ist einfach besser! 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 Ähm... Äh... Dreimal hat er mich jetzt schon besiegt! Dreimal! Was soll ich machen? Ähm... Wir müssen nur sagen, wo ihr kämpft dann! Sind die alle bei A? Ja... Oha... Zwei sind gestorben! Wir sind zwei gestorben! Ja was?! Ich bin echt schon wieder, Digga! Das gibt mir so auch... Hallo! Oh shit! Ja... Ja... Aber so klar ist die nur... Nicht viel Digga mit ihm schreit! Das ist Parity auch! Ja... Das ist... Bei Valkyries weiß man halt nie, was passiert bei dir eigentlich! Ja! Oh mein Gott! Oh! Ehrenschollen! Ja! Ich block ihn gleich! Jupsi nicht! Ey! Lass mal mehr Q-Schläge machen! Ja! Wenn ich nicht doch bis dahinter forschen! Verrecke! Eigentlich! Jetzt wird der Boxer fickt! Was?! Ja, äh... Der App hört es nochmal! Oh mein Gott! Zum Glück hat er da gebrochen, na! Uh! Sieh die Kills! Ich glaub's! Ja, ja! Oh noch! Oh Gott! Die haben uns eigentlich immer noch gar nicht geschaut! Uuuh! Niiiohoho! Alles! Alles! JUSCH! Wie hab ich gespielt? 16-2! Gästchen! Um, um zu... Uuuh! Wir werden auf das Kilo!